Mein Name ist Joel Raut. Ich arbeite bei Antritts-Separation. Ich bin seit 2008 im Unternehmen. Ich habe zunächst ein duales Studium gemacht Richtung Maschinenbau und nach dem Abschluss meines Studiums habe ich hier dann direkt als Verfahrensingenieur begonnen. Als Verfahrensingenieur haben wir oder haben die Aufgabe, Versuche durchzuführen im kleinen Maßstab und auch im Pilotmaßstab und dann die Auslegung für die Industriemaschinen zu machen. Besonders Spaß macht mir bei meinem Beruf die Abwechslung. Zum einen der praktische Teil, die Arbeit mit den Maschinen. Im Ausgleich dazu die Bürotätigkeit entweder hier in der Firma oder von zu Hause. Neben dem Beruf ist mir wichtig einen Ausgleich zu haben. Hier ist insbesondere der Sport für mich sehr wichtig, um abschalten zu können. Sich genauso wie im Berufsleben zu konzentrieren, zu fokussieren, die Route zu planen und die Herausforderung erfolgreich abzuschließen und letztendlich dann seinen Weg zu finden. Genauso wie im Berufsleben auch.